Hallo zusammen, wir sind jetzt im Rheingau beim Weingut Gunther Künstler, einem altehrwürdigen, traditionsreichen Weingut am Main gelegen in Hochheim. In dem Fall haben wir ein großes Gewächs von ihm, riesengroßes Gewächs, Glüdesheimer Berg Rottland. Die großen Gewächse müssen aus bestimmten Lagen kommen, müssen sehr viele Kriterien und Qualitätsanforderungen erfüllen, um großes Gewächs sich nennen zu dürfen. In dem Fall ein Wein, der oder eine Lage sehr mineralisch, Quarzitböden und mineralische Böden, das verleiht dem Wein eine Eleganz, aber auch eine Komplexität, Kraft, eine Langlebigkeit. So viele können sie gut 10, 15 Jahre lang liegen lassen. Ein Traum von einem Wein, von einem tollen, sehr sympathischen Winzer, der, ich glaube, fünf verschiedene große Gewächse in seinem Portfolio besitzt. Das spricht natürlich für die Qualität des Weinguts und auch für die Akribie, die dahinter steckt. Viel Spaß damit, ein ganz toller Wein.